Hallo, mein Name ist Daniela Schaffarek und ich leite die Tanzsportgarde hier in Hasewinkel. Wir haben die große Ehre, am kommenden Wochenende, 20. und 21. Januar, wieder einmal ein Qualifikationsturnier zum Halbfinale der Deutschen Meisterschaft ausrichten zu dürfen. Wir erwarten 51 Vereine aus ganz Deutschland, rund 1500 Tänzer, die in 16 Disziplinen an den Start gehen. Dabei natürlich auch die Tänzer der Tanzsportgarde. 17 Mal gehen wir in den Start und dürfen vor heimischem Publikum unser Können unter Beweis stellen. Was euch erwartet, karnavalistischer Tanzsport auf höchstem Niveau, atemberaubende Choreografien und wunderschöne Kostüme. Seid dabei, kommt vorbei am 20. und 21. Januar in der Dreifachturnhalle in Hasewinkel. Beginn an beiden Tagen um 9 Uhr und wir, das Team der Tanzsportgarde mit 90 Tänzern und 130 Helfern in Einsatz, freuen uns ganz besonders auf euch.